Es hat angefangen, Nico. Jetzt hang, hang. Wie? Jetzt redet! Doch, ich hab schon gestartet. Ja, hallo Leute! Heute gibt's wieder eine neue Folge von Rocket League mit der absoluten Legende! Schaut doch raus! Ja, du hast aber so viel Scheiße ausgefahren. Wirklich? Hat er das wirklich gemacht? Wenn du das hier siehst, du bist eine hässige... Egal. Das sag ich jetzt mal nicht. Dude! Dude, die hast du echt mal so dringend, Alter, so in dem Moment. Da, da, da hab ich nicht. Es ist richtig krass, wie du den BAM, Junge. Du kriegst Abonnenten. Erstens, mein PC ist sowieso nicht mehr das Neue. Erstens, mein PC ist nicht mehr das Neue. Erstens, mein PC ist nicht mehr das Neue. Erstens, mein PC ist nicht mehr das Neue. Oh ne, soja, TZ. Hier, kennst du den noch? Hatten wir nicht vorhin, die beiden? Nein, soja hatten wir vor längerer Zeit, Mann. Boah, so wie, Alter, starke Fahrer. Ge weg! Wow! Boah! Das war so ein bisschen wie der Hinterhaken. Ich bin den Ball genau hinterher geflogen. Alter, schade. Ey, ähm, Mama, soll ich dich einladen kurz? Ähm, klatsch. Warte, warte, ich mach grad eine Militierung. Jo, dann fahr die zum Ende. Dann treifle ich ein bisschen mit meinem hübschen Auto rum. Wo gar nicht so schnell ist. Oh, oh! Schade. Boah, was war los denn? Was denn? Was denn? Warte mal, jetzt muss ich mal vorhin ziehen. Bei mir, hat ich ein bisschen geleckt, dann bist du, dann wollte ich Artur auskriegen, aber du hast mich nach unten gedrückt. Was? So als würdest du mich unter Wasser drücken. Raus, raus, raus. Was soll ich denn machen müssen, wenn du die Gelegenheit? Nee, das würde ich nicht machen, ganz ehrlich. Ja, ja, ja. Komm raus. Was? Mein Boost, Junge. Ja, gib mich weg, weil er nichts kann. Sag dann einfach, wenn deine Round fertig ist. Yes. Alright, alright, alright. Nein, Spaß, Alter. Das ist wie einfach die wenigste Grußung. Pass auf. Guck mal, was ich gemacht habe, auszusehen. Ich habe auszusehen A gedrückt. Guck jetzt. Da. Hm. Was ist ein Torwartreflex? Torwartreflex. FIFA-Style wolltest du machen. Ja, ich habe ungefähr um die 90 Reflexe oder so. 90 Reflexe, ach so. Komm, 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 komm. Oh, schade. Komm, komm, komm. Alles klar. Komm hoch. Oh, der eine kommt, der eine kommt. Nein! Boah. Ja, ja, das war geplant, ey, das war geplant. Wow. Nein. Nice. Wow, was ist das denn so viel? Das hat er gemacht, Alter. Machst du das nie? Sowas? So welche Backcharmen? Nein. Junge, das sah richtig athletisch aus. Kannst du das überhaupt nicht? Das ist doch nicht schwierig. Ich mag das nicht. Ich hätte ihn anders geklärt. Wow. Punktlandung auf dem Boost. Ah, der eine kommt. Ach du Scheiße. Warte. Was macht der denn da? Alter, so eng. Zu eng. Das war eng. Der war aber eng. Sehr eng. Nein. Guck mal. Boah. Der hat ja kein Papierchen mehr reingepasst. Achtung. Bumm. Weg damit. Boah. Fallen. Ich fahr schon zurück. Ganz einladen. Oh man. Ich check's grad. Wuhuu. Bumm. Boah. Boah. Test ihn. Ja knapp aber ey. Ich bin nicht getroffen, der Tor für dich. Ich hab grad den meine Schwingel Design gemacht. Der steht schon. Boah du Scheiße. Boah. Junge, Junge, Junge. Scheiße, das steht jetzt, dass ich grad ein Multiplayer-Game suche. Das wollte ich grad gar nicht, Alter. Aber wie unnötig. Machen wir kurz. Ich quitter gleich raus. Was macht der denn da? Boah. Junge. Junge. Jörner. Sippi, so muss es sein. Nicht anders. Was hat der denn da gemacht? Der zwar ein bisschen Fehler. Das war echt ein Fehler. Boah. 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 jetzt lebt ein halbes hermann er braucht die einfach von uns ab mann boah lad auf spiel ladenzeiten recht unverschämt es ist so ein geier der geist mir sogar den wer ich das sei ja Eichgeist! 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 Eichgeist ist der! Scheiße! Komm, einen kriege ich noch hier! Nein, streb ich nicht! Schade! Nice! Jetzt muss ich aber mal aufsteigen! Du auch! Aber die Drehung! Ey, immer noch nicht aufgestiegen! Schwein gleich, ey! Liga 3! Kann ich nur eintragen, Sippi! Oben links! Aber der eine war eigentlich gegen, ja! Ja, der Nacy! Ja, obwohl er nicht so schlecht war! Ja! Ja! Ja, ja! Oh, guck mal! Revan! Haha! Die Geil, die Geil wieder die Zulverbusse! Haha! Nein, ich diesmal! Ich diesmal, Nico! Alle Geil mit ihm so! Scheiß mal auf den 100er Busmann Zulverbus viel wichtiger! Ach du Scheiße! Ich kann hier nicht irgendwie quitten oder so! Wollen wir die ein bisschen spielen lassen? Lass mich da hin! Lass mich da hin! Nein! Ja, ja! Und gleich machen die noch ernst hier und... Haha! Sag nicht ernst! Wir müssen da nur eifern! Guck mal, ob du mich einladen kannst! Fahr rein! Ja, warte! Ich guck jetzt! Nicht Spaß! Ah, ich kann den da herzäumen! Lippi, Achtung! Die sind ja gar nicht so schlecht! Die sind ja gar nicht so schlecht! Nico! Ja? Haha! Ich war da hinterher! Haha! Wie knapp der war, Mann! Guck mal, ob du mir schon die Drehung gemacht hast! Ich war genau alten Metall! Ich war genau alten Metall! Achtung! Kristin! Lass mich! Was war das? Lass mich! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Boah! Wie bei uns! Ey, wenn ich hier so mit hinterher gefahren hätte ich einfach einen Türen zu machen können! Live, Mann! Live! Das wär's nur mal! Oh, das ist so scheiße! Immer hinter Ball! Es geht einfach raus, ey! Es geht einfach raus, ey! Ey, also das ist aber auch mal ein bisschen komisch! Grad waren die besser, ne? Vielleicht liegt's ja in der Map! Oder waren die grad einfach nur ein bisschen schlecht als jetzt! Nö, das ist unsere Map! Boah! Lass ihn! Nein! Neu! Der wär reigegangen! Hehehehe! Wow! Boah! Alter! Organisator Olli, Alter! Hör ich grad nur im Wohnzimmer! Hehehe! Ey, Timo, hast du nicht mal so einen richtigen Abfahrtgegner, der hieß doch irgendwas mit Olive auf oder so! Ja! Ach, Mann, Alter! Ey, dein, dein Lobby ist auch voll! Nein! Oh! Hast du nicht gesehen, was ich da gemacht habe? Hehehehe! Ne, aber guck mal, ich hab Glanzparade dafür bekommen, aber da hab ich ihn auch reingeschoben! Da! Ach! Guck mal, ich mach Parade für die! Mach ein Tor für die! Ich glaub, ich bin falsch verziehen, Siffy! Ja, du hast vier Tore gemacht! Ja, okay, die Parade war extra! Die, äh, das Tor jetzt war absessen! Hm! Ach du Scheiße! Bist du, Hing? Ja! Ja, ich bin vorbei! Ich bin vorbei geflogen, ich konnte nichts machen! Christine, der rast genau ein! Ach, schade! Was macht der denn da? Was macht der denn da? Oh, fuck! Oh mein Gott, der geht auch noch ein! Komm, Digga, ich knack heute die 2000 Punkte! Du weißt, du kannst dir die ganzen Punkte, wenn du Glück hast, auch boosten, aber dann wär's ein bisschen zu auffällig! Bei FIFA müsste man die ganzen Tore bei Ultimate Team boosten! Hä? 200 Tore? Wie viel Münzen bekommt man dafür? Ich denk mal so eine! Hä? Wie viel Münzen schätzt du? Für wie viel Tore denn? Für 200 Tore! Pfff! Pfff! Dass man, dass der Gegner, dass zum Beispiel ein Tor schießt! Du, nicht Tore schießen, aber der eine muss die Tore schießen! Ich leg mal 1000 Münzen! Nee, ich sag mir ja! Aber, das war's für jeder! Pause! Jo! Ciao, ciao!